Okay, speichern! Ich habe jetzt 5 Minuten für das Puzzle gebraucht. Hm. Supernutt! Ich könnte sie ja mal ausprobieren, mache ich das aber nicht, weil... Ich hier einfach nur weg will... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Autsch! Okidoki! Aua! Oh Gott! Aua! Aua! Blöde box! Hm. Aua! 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 Buh! Aua! Aua! Ich hab noch getroffen. Ungefähr anders. Reiche bitte weg. Ich hab kein Bock. Auf so eine Scheiße hier. Da 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 da. Kannst mich mal. Come on. Wie gesagt, kannst mich mal. Oh Gott. Ich hasse die Stelle. Ich weiß ja wo es lang geht. ... ... ... ... ... Oh, ja. Hier lang geht es, oder? Ja. Ach, ja. Okay, jetzt springen wir runter. Das ist eine Verarsche. Eine ganz große Verarsche, Leute. Ihr landet ganz unten und müsst dann hinterher so einen langen Scheißweg hier auf oben nehmen. Oh, ja. Oh, ja. Geschafft. Kurzer Katz. Ja, ja, ja. Gleich kommt ein schöner Boss. Ja, ein sehr schöner Boss. Sternbonbon. Na, was treibt ihr denn hier, Freunde? Wisst ihr denn nicht, dass dies die Sphäre des Großmeisterschakram ist? So einfach könnt ihr nicht weit verstehen, Freunde. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay... Vorher ist schwer zu merken. Oh, fuck. Hm? Okay, dann gehen wir zum Wald. Oh, cool. Abkürzung. Doch, nicht etwa ein Grübchen-Wald. Oh, ist ja der einzige Wald. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Mario & Luigi Abenteuer Bosa wieder. Bis dahin, tschüss.